Ich freue mich, dass ihr Strauß & Fliege gefunden habt und dass ihr gerne Trauredner oder Traurednerin bei uns werden wollt. Strauß & Fliege ist eine Hochzeitsagentur, die, glaube ich, ganz besonders darauf achtet, dass die Paare im Mittelpunkt stehen. Wir sind sowas wie Beleuchter im Theater. Wir haben einen hellen Spot auf euch gerichtet. Wir wissen aber auch, wo die Graubereiche sind. Wir wissen auch, was schwarz irgendwie im Hintergrund ist. Und wir beachten auch das Publikum, was natürlich dabei ist und euch beobachtet. Ich freue mich, dass ihr Trauredner oder Traurednerin bei Strauß & Fliege werden wollt. Schaut euch einfach mal auf unserer Webseite um. Könnt ihr euch damit identifizieren? Habt ihr Lust, unsere Werte zu teilen? Habt ihr Lust, an Samstagen auf wunderschönen Hochzeiten zu sein? Oder auch an Freitagen oder wann auch immer das Paar euch einlädt? Habt ihr Lust, mit dem Paaren Emotionen zu teilen? Schwierige, tolle, interessante Fragen zu stellen? Schickt uns einfach ein Video von euch, ein Textbeispiel, eine Rede, die ihr schon mal gehalten habt. Und dann setzen wir uns mit euch in Kontakt und schauen, ob wir zusammenpassen, ob ihr bei uns unterkommen wollt, ob wir mit euch zusammenarbeiten wollen. Ihr werdet weiter selbstständig bleiben. Strauß & Fliege ist eine Netzwerkagentur, wo alle frei zusammenarbeiten. Aber wir verstehen uns als Team, als Arbeitsinteressengemeinschaft, die sich austauscht, die sich untereinander hilft und stützt, wenn schwierige Fragen auftauchen. Wir freuen uns von dir zu hören. Schreibt einfach eine E-Mail an office.straßenfliege.de und dann melden wir uns bei dir.